also ich bin jetzt an der tanke ja genau und ich sehe jetzt genau auf die tanke ich bin jetzt da mitten am feld weiß nicht siehst du hüpfen du bist lang gefahren im wald rückwärts die einzige chance habe ich schon probiert der fahrer weiter vorwärts links drehen rückwärts fährt er auch weiter vorwärts oder was und du kannst das gerne testen da fall ich schon runter das ist ein beil nägel ein seil ach pass auf hier ist die k a fast steht an der tanke da liegt die k a hebt immer auf uch du scheiße alles klar verdammte scheiße das ja die filmen müssen ha 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 autorettung extreme ich bin gleich zurück 3 minuten so da ist es nicht auch nicht kurz kein preis ha 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 oho Die Runter sind aber auch ganz schön geländefähig. Ja, sehr gut. Taxi in Tschörn, aber 1a. Das ist ja ganz schön längs. Ach der, ich muss ja nicht fahren. Solche Wechsel. Ansonsten wäre wahrscheinlich Autofahren schon längst verboten, wenn es solche Wechsel im Real Life gäbe. Achtung, auf der A5 kann man heute in der Brunfeuerlichen Blacks kommen. Fahren Sie vorsichtig. Wenn möglich, lassen Sie das Auto stehen. Schauen wir mal das Autorad, Johan, oder? Schauen wir mal rechts, da muss ich extra für uns. Wenn möglich, dann war es die Luftwichter. Da vorne kommt schon, weil es der Wehro gehört wird. Die Luftwichter sind gut. Die Luftwichter ist gut. Die Luftwichter sind gut. Grollen kann die Luftwichter sind ganz schön. Sollte Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ordentlich 85 Keine Lecks Achtung Ich seh schon, da muss ich nochmal ran Eindeutig Das riecht schon so nach Heimat hier Das macht nichts Hast du denn einmal angehabt, reicht das früh Bis du dich wieder auslockst Und alle hören alles, was du sagst Echt? Mhm Aber wenn du in der Party bin Ja In der Party nicht Nee, aber du siehst wahrscheinlich Die anderen noch punkten Dann hören die dich aber nicht Was? Bei mir nicht Bei mir nicht Alles ganz normal Ja 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 Alles kommt die Burg Ja Ja Rechts kommt die Bar, aber da kommst du nicht hoch Es ist zu steil, ganz höchstens sind Zickzack-Kursfahren Hier rechts Ja Oder so Na das sieht gut aus Ich könnte euch links einschlagen Ja Ja, aber du musst halt in einen Serpentinen-Stoll da hoch Ja 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 Das war aber selbst gekauft, damals. Ah, sieht schon besser aus. Wenn nicht, kann ich es ja schieben. Wenn ich schon in den Hüsel runtergedottert bin. Ja, hier geht es dann wieder ganz gut in den Strahlen. Da halt drum rum. Stopp! Kommt er durch? Tatsächlich. Wir machen schon noch die Wölfe. Die brav hinterm Auto herrennen. Die freuen, dass der Meister wieder ins Krafttail kommt. Ach, das war aber sehr nett, vielen Dank. Das ist alles New Spawn am Strand. Da sind wir schon. Das erste Tor ist auf jeden Fall noch aus. Aber ich weiß nicht, ob wir da Trüger kommen. Ich glaube, das ist ziemlich erhobig. Ah, genau. Ich fürchte, du musst mich rauslassen. Ich habe ein Fass in der Hand. Danke schön. Ah, home sweet home. Komm jetzt. Wir essen und schliessen. Wir essen und schliessen. Das ist ein Sch President. Das ist eine Schlaf. Dies ist ein Schlaf. Ich bin wirklich von der Lüge, der in die Sanfte und der im Luftgepflugschule. Vielen Dank.